Das größte Glück im Leben eines jungen Paares. Ich hab's eben gewonnen. Sie sind ein bisschen schwanger. Ich hab das Gefühl, du möchtest an mir. Das ist wirklich egal. Hauptsache, er ist gesund. Ich will direkt noch ein Baby machen. Zwei Stars erleben die schönsten neun Monate ihres Lebens. Jana, Ina und Giovanni. Wir sind schwanger. Ab Donnerstag, 28. August. ProSieben.